Es steht ein neues Projekt mit einer Custom Wasserkühlung an, was denke ich sehr interessant wird, weil man es trotz Hardtubing relativ einfach nachbauen können wird. Es sind leider noch nicht alle Teile eingetroffen, aber ich möchte dennoch so langsam mal starten und daher bauen wir heute erstmal die RTX 2080 Ti Strix auf einen Wasserkühlungsblock um. Viel Spaß dabei! In einem anderen Video hatte ich mich schon mal um den Prozessor gekümmert und ausprobiert, was sich beim i9-9900K durch Flüssigmetall oder sogar durch eine Direct-Dye-Kühlung an den Temperaturen machen lässt. Das Video verlinke ich euch oben beim kleinen i. Heute geht es wie gesagt um den Umbau der Grafikkarte und dafür verwenden wir eine RTX 2080 Ti sowie einen Full-Cover-Wasserblock vom Hersteller Barrow. Es ist natürlich etwas schade, ausgerechnet eine Strix für sowas zu zerlegen, da man ja auch ordentlich für den originalen Kühlkörper drauf zahlt, aber die Karte wurde vorher für das AOG-Projekt genutzt und da eben mit Luft gekühlt. Der Barrow-Wasserblock macht einen wirklich guten Eindruck und ist auch richtig schwer. Als Materialien kommen hier vernickeltes Kupfer sowie Acryl zum Einsatz. Das verwendete Kühlmittel kann man also später durch den Block hindurch sehen, außerdem steht aber auch eine RGB-Beleuchtung zur Verfügung. Den Wasserblock sowie später auch alle anderen Wasserkühlungskomponenten beziehe ich von pcool.de. Da hatte ich damals schon die Kühlflüssigkeit für das 1000D her und er ist offizieller Händler für Barrow in Deutschland, sodass man also nicht umständlich aus Fernost bestellen muss, was ich immer ganz gut finde. Farblich habe ich mich übrigens noch nicht festgelegt, da könnt ihr mir gerne mal ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben, wobei ich ein bisschen zu rot oder schwarz-rot tendiere, weil das einfach optimal zu den verwendeten Produkten passt. Auf der anderen Seite hat man sowas schon sehr oft gesehen, also wie gesagt, macht einfach mal Vorschläge. Ich möchte bei diesem Projekt auch wieder auf das CFX-Kühlmittel setzen, weil ich persönlich damit einfach gute Erfahrungen gemacht habe, was bei Pastellfarben ja nicht unbedingt selbstverständlich ist. Die verfügbaren Farben findet ihr natürlich auch bei pcool.de, die sind sogar gerade im Angebot und ein paar Euro günstiger erhältlich habe ich gesehen. Schaut also gerne mal rein. An der Stelle ein kurzer Disclaimer, ich werde nicht von diesem Shop bezahlt oder sowas, finde aber einfach, dass der Typ dahinter einen guten Job macht und sowas unterstütze ich gerne. Jetzt aber genug drumherum gelabert, lasst uns die Grafikkarte mal umbauen. Als erstes lösen wir die sechs Schrauben, die wir von der Backplate aus sehen können, sprich die beiden etwas weiter rechts beim AOG-Logo, sowie die vier Schrauben um die GPU herum, am besten über Kreuz. Das reicht tatsächlich schon aus, um den dicken Kühlkörper zu lösen, nur die beiden Kabel am rechten Rand müssen noch herausgezogen werden. Den originalen Kühlkörper kann man dann bereits zur Seite legen, auf der Platine muss nun dieser Rahmen gelöst werden. Dafür müssen zwei Schrauben im Slot-Bereich, sowie insgesamt zwölf Schrauben, die über das gesamte PCB verteilt sind, entfernt werden. Daraufhin lässt sich der Rahmen einfach abnehmen und der Großteil der Standard-Wärmeleitpads bleibt auch direkt daran haften. Gleichzeitig hat man damit nun die Backplate losgeschraubt, die allerdings an einem kleinen Kabel hängt, das für die Beleuchtung des Logos zuständig ist. Das kann man aber auch sehr einfach abziehen. Dann steht erstmal die Reinigung des eigentlichen Grafikchips an, was man ziemlich einfach mit einem Kosmetiktuch oder zum Beispiel auch etwas Klopapier bewerkstelligen kann. Ein kleines Wattestäbchen kann auch hilfreich sein. An dieser Stelle stellt sich nun die Frage, Wärmeleitpaste oder Flüssigmetall? Ich habe mich erstmal für Wärmeleitpaste entschieden, da ich eventuell, falls ich doch noch auf Flüssigmetall umsteigen sollte, einen Vorher-Nachher-Vergleich mit der Wasserkühlung machen möchte. Generell muss man mit Flüssigmetall sehr stark aufpassen und sollte vor allem die kleinen Komponenten direkt um die GPU herum gut isolieren, damit da auf keinen Fall etwas beschädigt werden kann. Bei Wärmeleitpaste ist es hingegen ganz simpel, auftragen, dünn und gleichmäßig verteilen, fertig. Was noch fehlt, sind die neuen Wärmeleitpads für die Speicherchips, die Spannungswandler etc. Im Lieferumfang sind blaue Pads, die ein bisschen dicker sind, sowie auch etwas dünnere, graue Lightpads dabei. Die müssen so aufgelegt werden, wie ich das hier gemacht habe und zu guter Letzt müssen noch die ganzen Folien abgezogen werden. Da der Block sowohl für die 2080 als auch für die 2080 Ti nutzbar wäre, müssen wir in unserem Fall noch vier Gewindestücke in den Wasserblock drehen, ein größeres rechts unten, sowie drei kleine am linken bzw. am oberen Rand. Und dann kann der Block endlich auf die Platine gelegt und verschraubt werden. Nach dem Auflegen sollte man noch einmal kurz rundherum gucken, dass alle Wärmeleitpads richtig sitzen und sich nicht verschoben haben. Außen um die GPU herum, sowie zweimal etwas weiter rechts, kommen Schrauben mit einer kleinen Feder zum Einsatz. Das sind genau die sechs Schrauben, die wir ganz am Anfang durch die Backplate hindurchgelöst haben. Dann kann man sich einmal die Backplate als eine Art Schablone nehmen, um zu gucken, an welche Bohrungen man nur herankommt, bevor sie aufgesetzt wird. Das ist lediglich eine im Bereich unten links. Wenn ihr direkt auf die Platine schraubt, sollte man eine der Plastik-Unterlegscheiben verwenden. Im nächsten Schritt schließen wir das kleine Kabel der Backplate wieder an, legen sie passend auf und schrauben von oben hindurch, durch die Platine in den Wasserblock. Das machen wir neunmal, lediglich ganz links am Rand geht das nicht so einfach, da ist nämlich kein Gewinde hinter, weil der Block an den Stellen leicht ausgespart ist. Da kann man aber einfach von der anderen Seite reinschrauben, wobei ich dafür die Schrauben verwendet habe, die da im Originalzustand ebenfalls gesessen haben. Und das war es dann auch. Der Block sitzt, die Backplate ist vernünftig befestigt, wir sind fertig. Optisch sieht das Ganze meiner Meinung nach ziemlich schick aus und vor allem später mit der Beleuchtung und entsprechender Kühlflüssigkeit wird das richtig gut rüberkommen. Lediglich das eine Wärmeleitpad hätte ich etwas schmaler abschneiden sollen, damit es nicht zur Seite herausguckt. Das werde ich vielleicht nochmal ändern, wobei man es später sowieso nicht sehen wird. Mal schauen. Der Wasserblock ist qualitativ auf jeden Fall richtig ordentlich, obwohl er ein gutes Stück weniger kostet, als zum Beispiel EK Waterblocks für so ein Produkt aufruft. Kritikpunkte gibt es aber definitiv auch, und zwar zwei Stück an der Zahl. Erstens, die Anleitung ist einfach ein Witz, da sie quasi nicht vorhanden ist. In der Verpackung liegt nur eine komplett allgemein gehaltene Vorgehensweise bei und nach viel Sucherei fand ich dann auf der Barrow-Webseite ein PDF-Dokument, das allerdings quasi nur das Auseinanderbauen der Strix demonstriert, aber keine großartigen Infos zu den Wärmeleitpads, dem Zusammenbau und so weiter gibt. Und Punkt 2 bezieht sich auf die RGB-Beleuchtung, die sich ernsthaft ohne zusätzlichen Adapter nicht nutzen lässt, nicht mal in einem Standard-Regenbogen-Modus. Am Block hängt ein 3-Pin-Lüfter-Anschluss, was schon mal ziemlich komisch ist und dem Block wirklich absolut kein Licht entlockt. Barrow bietet dann einen Adapter auf einen Addressable RGB-Anschluss an, mit dem man den Block auch über das Mainboard steuern kann. So weit, so gut. Aber wenn dieser Adapter für den Betrieb nötig ist, muss er meiner Meinung nach auch beigelegt werden. Mit dem Adapterkabel muss man übrigens aufpassen, das ist eigentlich ein 3-Pin-Anschluss, es würde aber theoretisch auch auf einen 4-Pin passen, was allerdings mit der Spannung nicht hinhaut. Die 3-Pin-Anschlüsse haben 5V, der 4-Pin hingegen 12V, damit grillt ihr also direkt die LEDs. Ansonsten bin ich bisher aber zufrieden und freue mich auf das weitere Projekt, das hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten lässt. Die meisten Komponenten sind auch schon da, im Grunde fehlt eigentlich nur noch das Wasserkühlungszeug. Ich gebe euch hier schon mal eine kleine Vorschau, damit ihr wisst, wohin die Reise gehen wird. Außerdem wird als Gehäuse erneut das Phanteks Evolve X zum Einsatz kommen. Zum einen, weil es mir mega gut gefällt, also ich glaube, es ist aktuell so ziemlich mein Lieblingsgehäuse, aber zum anderen, weil es dafür einen Water Channel gibt. Zu viel möchte ich jetzt aber nicht verraten, das seht ihr dann in den nächsten Videos. Hier sind wir jetzt aber am Ende angekommen und ich bin wie immer auf euer Feedback gespannt. Schreibt also gerne Kommentare und lasst einen Daumen da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, Leute. Ciao.